hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode von let's play minecraft cobblemon und wir haben hier in der letzten episode nach der langen langen überquerung des ozeans huch endlich land gefunden und sind jetzt hier angelandet und ich sehe da oben schon ein neues pokémon darum will ich überhaupt gar nicht lange quatschen bevor uns das weg läuft das will ich haben schaut mal was wir hier haben marakamba marakamba ist level 46 ja wir probieren zwar mit tengul ist während wir hier weggeschoben werden so wir fangen mal an mit einem windsschnitt und dann müssen wir mega sauger nehmen wir werden es nicht überleben doch mein gott ey dieses es nervt mich wirklich und jede aufnahme muss ich immer wieder einmal überlegen ob ich das let's play vielleicht mal aufbreche weil es geht mir auf den sack jedes pokémon stirbt nach einer attacke einfach nur lästig ja so wie das da jetzt auch und jetzt müssen wir uns noch ein zweites davon suchen zum glück rennt da noch eins rum also es macht das fangen von pokémon echt wirklich lästig das einfach es gibt kein mittel ding es gibt du stirbst sofort oder du tötest sofort es gibt einfach kein mittel ding wirklich und das irgendwas ist da am balancing ganz komisch so jetzt müssen wir hier rihonion nehmen auch wenn das auch dagegen versagen wird so wir machen mal ein body check und jetzt fangen wir das ganz schnell bevor es wieder stirbt okay das hat geklappt gott sei dank und ich schätze müssen uns hier irgendwo schon mal wieder ein oder sind ganz viele hasis müssen uns hier irgendwo eine kleine temporäre base aufbauen denn wir müssen offensichtlich unsere pokémon heilen aber ich sehe gerade hier haben wir einen mangroven wald sumpf wie auch immer man das nennt das ist auch neu das kenne ich noch nicht mal aus vanilla minecraft habe ich mir noch nie angeschaut so die brauchen natürlich jetzt noch eine weile ja vielleicht gucken uns einfach mal diesen wald ein bisschen an weil eine handvoll pokémon haben wir ja noch oder wir laufen vielleicht erst mal hier in diese komischen wüste entlang ich dachte eigentlich das wäre so eine art strand guck mal wie süß bist du denn hat schon bitte töte es nicht eisenschweif bitte kein krit so und jetzt schnell fangen sandern ist so knuffig ich liebe sandern wir haben ein sandern okay hat sich schon gelohnt schon mal zwei neue pokémon das kann sich sehen lassen also guter kontinent hier war eine gute idee aufzubrechen so bist du auch ein sandern oder bist du ein ja du bist auch ein sandern ich hoffe ja auch dass wir irgendwo die vielleicht die entwicklung rumrennen sind von sandern eigentlich nicht so komplett aus der welt gegriffen aus der luft gegriffen oder das kann doch passieren ich renne das ja einfach mal eine weile ab wieder ein sandern was dagegen den sandblock rennt oder einmal ein aprikoko baum ich hätte in der folgenpause nach diesem weiler problem schauen wollen habe ich nicht gemacht fällt mir gerade auf egal so wir können noch nicht heilen also diese nebulaks findet man wirklich überall im spiel fällt mir gerade so auf also ich glaube es gab kein einziges biom wo wir noch kein nebulak gefunden haben sei es jetzt hölle wald wasser wiese überall sind nebulaks wer steht hier und wo ach da unten ich renne noch mal zurück wie gesagt ich hoffe einfach mal dass wir nicht nur sandern finden sondern auch sandern entwicklung jetzt wäre es mir dafür wert einfach ein bisschen in der gegend rumzulaufen können eh noch nicht heilen eigentlich müssen wir wieder die nacht abwarten das entern entern haben wir schon so wie nennt sich das man groben wurz wie gesagt diese mangroben wälder habe ich tatsächlich auch noch nie wirklich sehen aha Entschuldigung dass ich unterbreche aber sandermeer so einmal die konfusion ja so schön das läuft doch mal reibungslos so viel dazu so viel dazu na gut ja sandermeer gibt es hier tatsächlich nicht wie sand am meer aber immerhin eins haben wir gefunden das ist doch schon mal super aber da wäre jetzt tatsächlich noch eins gewesen aber wir können ja auch mal ein bisschen trainieren die pokémon die wir noch haben zum glurak machen wir schnell einen flammenwurf wunderbar einfach mal hier ein paar pokémon bekämpfen hier so glurak auch mal wieder ein level ab und jetzt gehen wir mal da hinten hin zum heilen und dann schauen wir mal ob dieser man groben bald auch noch irgendwas zu bieten hat bitte lass mich heilen ja gut so jetzt lassen wir das mal kurz da stehen einfach weil man es da besser wieder findet als in diesem düsteren wald ähm ja gibt es denn in diesen mangroven wäldern irgendwas cooles außer natürlich mangroven holz mangroven holz ist schon cool aber sonst gibt es da irgendwas was man quasi suchen und finden sollte in so einem magnoven wald ich weiß es tatsächlich nicht also was diese version von minecraft angeht bin ich noch völlig uninformiert kröte stimmt kröten gibt es gibt es kröten pokémon die man hier finden könnte was bist du ich habe es kaputt gemacht ich schwimme einfach hier durch die mangroven da hinten ist doch was aber das war glaube ich ein hund oder ich habe es nur aus dem augen runter gesehen ach so ein entoron das sei irgendwie nicht aus wie ein entoron von hinten schlafen wir kurz im mangroven wald einmal damit wir uns auf jeden fall auch wieder hier im hellen bewegen können möglichst im hellen okay ähm du bist eine normale minecraft kröte habe ich das richtig ja adi ich will doch nur pokémon warte mal ich probiere mal kurz einmal wie gesagt ich kenne mich noch nicht wirklich aus kann ich sowas abschneiden ja und was bekomme ich dann ein mangroven keimling okay interesting aber davon mal abgesehen hat dieser wald pokémon technisch jetzt nicht so viel zu bieten so eigentlich gar nichts was haben wir da hinten ich glaube das ist eine brücke wieder oder das ist kein gebäude das ist einfach nur wieder eine brücke ja gut ist das dahinten dschungel ist auch mangroven naja so oh da ist eine pyramide seht ihr das da sind pyramiden gut wir gehen mal zurück zu unserem heiler da ganz hinten und dann durchqueren wir nochmal einmal diesen mangroven wald in die zweite wüste oh tragosso nein renn nicht weg bleib hier bleib hier renn bitte nicht weg ich muss dich haben ok wir sind mal wieder gestorben ach da kommt einen kleinen mega sauger oh nein wie gesagt sofort sterben oder sofort töten nichts dazwischen und jetzt rennen wir hier rum weil ich natürlich jetzt ein zweites davon finden will an mich seltene Celte liked mal versuchen zu fangen wir haben ja diese safari bälle vielleicht sollte ich die mal probieren wenn wir hier reingehen vielleicht gibt es ja hier auch sowas wie entwicklungssteine man weiß ja nicht hier auf jeden fall nicht woanders man weiß es nicht schwapp gut ja also plan jetzt wir gehen hier in die wüste und wehe da gibt es kein dragosso dann werde ich aber fox devils wild werde ich dann fox devils wild aber noch hier am rand entlang was bist du denn hier der häuschen mitten im sumpf hier ist auch irgendwas das ist doch schon so eine hexenhütte oder was das hier irgendwas größeres ist das ein dorf oder sowas das eine hexe ach man immer diese hexen überall wo wir hingehen immer hexen giftung nervt echt hart das ding ist ich habe jetzt hier einen eimer milch verschwendet und weiß sowieso dass wir gleich direkt von der nächsten hexe hier irgendwo getroffen werden aber naja dank der schnelligkeit wir nehmen mal so ein paar spinnenaugen mit nicht dass wir die brauchen aber wer weiß ist auch noch eine hexe drin gerade nicht schleim bälle schleim bälle nehmen wir auch mit farotte aber nicht wie viele tränke also ja ist eigentlich quatsch das mitzunehmen aber wir nehmen auch mal so ein ding mit weil wenn wir schon irgendwie brausachen mitnehmen dann sollten wir auch das gerät zum braun mitnehmen weil sonst ist es ja auch wieder muss und unser rucksack ist schon wieder fast voll das übliche so jetzt aber weiter hier so wir haben ein zwei mal zwei mal haben wir zwei mock wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen dann hätte ich sofort zugeschlagen aber zwei mal bin ich mir relativ sicher haben wir schon so jetzt gehen wir mal hier oben hoch das ist einfach nur so ein toter baum aber das da schaut euch das mal an das werden wir uns auf jeden fall ansehen aber erst mal noch kurz hier vielleicht ein paar runden ziehen ich wollte so gern dieses trakosso haben hier ist noch eine pyramide die ist aber ein bisschen kleiner aber wer weiß da gibt es bestimmt auch was zu holen kurz einmal umrunden ob da irgendwo ein eingang ist direkt in die pyramide rein ansonsten graben wir uns einfach rein aber bisher finde ich hier tatsächlich keinen eingang bei sowas muss man immer aufpassen denn braucht man einen block ab fallen alle anderen mit gut das ding hat so auf die schnelle kein eingang das probieren wir dann mal aus gleich aber das probieren wir erst in der nächsten folge aus also jetzt ist erstmal hier wieder feierabend vielen dank fürs zuschauen wenn euch der part soweit gefallen hat das gerne die bewertung da und wir sehen uns in der nächsten episode wieder wenn wir uns diese pyramide vornehmen bis dahin noch einen schönen tag und bis bald